It's weaning man Halleluja Jo, ihr wisst was wir machen was wir vorhaben Ich will hier ein Bein einsammeln Ähm Warum du so wenig häcksel gut? Warum du so wenig häcksel gut? Ja 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 Wird das jetzt alles gerade zu Silage oder habe ich jetzt was verpasst oder ist da schon was Silage? Warten wir weniger Silage? Das glaube ich wird jetzt gerade alles zu Silage, oder? Jetzt ist mir ein bisschen Stress. 29.000 So, Feldanz. Erledigt. Das kann man dann schon gruben. Und... ... 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 Soh... Vielen Dank. Upsi Das Auto da Spawnt er hier einfach Das ist 49.000 Liter Häckselkuh zum Beispiel Das war das erste Feld 44% Na gut, die beiden sind alle da Aber jetzt noch kein Stress Ja gut, die beiden sind alle da Auch nach Buy Dieisiä Die Kiepan riviert D Gedanken Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh, ich wollte euch was zeigen Wirst du gehen auf Kühe und bla 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 Das wird unser Kuhstall Wie wir den noch platzieren werden, weiß ich noch nicht ganz Da wird irgendwo da so herkommen, nehme ich an Da hinten ist der Foto-Dings Es könnte auch möglich sein, dass wir sagen Wir waren so zwei nebeneinander Halt nicht gegengleich, sondern bam bam 80 Kühe und den, ah ja genau, 500 gehen in den So die Idee, da hätten wir unseren Foto-Dings So, das könnte easy sein mit Ballen Ja, und könnten wir vielleicht sogar zweimal, dass wir sagen Und zack, zack oder Zack Und zack Müssen wir uns dann anschauen Aber das wollte ich euch einmal Zeigen, was in der Zukunft geht Stolzer Preis Auch nicht vergessen 715.000 Bis wir den Hof umbauen Dauert es noch Aber gut, das ist ja ein Zukunftsprojekt Das habe ich eh schon gesagt Ich würde das gerne nämlich probieren Was sollte er das schaffen? Dauert es noch Oh Dauert es noch Ich würde es noch Einer Danke Dauert Zimbi. Nur rein Interesse. Zimbi. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, voll ist er noch nicht. Da geht noch was. So, voll ist er noch nicht. Da geht noch ein bisschen was. Er will ich nicht da jetzt. Deswegen brauchen wir den Sammelwagen. Sonst tut er seine Ewigkeitsding. So, voll ist er noch nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist aber voll Das ist aber voll Das ist aber voll Das ist aber voll So, damit war es auch die erste Folge Dann zu Ende Einen Ballen zurückholen Wir sehen auf uns wartet noch eine Aufgabe Gut, das war es eben Wir werden da weitermachen Und ja, ein bisschen wird es noch dauern, aber Immerhin Bis dann, mach's gut und ciao